Ey, ich muss eh irgendwas anderes machen, weil ich brauch ne Monatscard, definitiv. Ey, das wird echt hart, weil das sind wirklich hardcore die Leute am Start, die gesagt haben, geht nicht. Ja, okay, so zwischen 3 und 6 Mal am Tag darf ich schon erwischt werden. Guck mal, nehmen wir mal an, du wirst, du wirst nur 1 Mal am Tag erwischt, das ist ein 20. Wir sind 14 Tage da, das sind 300 Euro. Oder 5 Euro. Die zahlst du aber, du Schlampe. Dreck's auch. Oder guck mal, na gut, bei dir.